Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren The Saturn Crew Video. Ich bin natürlich nicht alleine, wie immer. Luis, wie geht's dir? Wunderschönen guten Morgen, mir geht's sehr gut. Es ist sehr kalt, oder? Ja, leider. Also ist es richtig kalt? Ich muss aber sagen, dein Outfit heute sieht sehr gut aus. Dankeschön. Ein attraktiver junger Mann. Wollte ich nur mal kurz sagen, wir wissen, er hat ja Tinder-Profil und so. Aber wir sind heute bei Auto Magnus mit unserem kleinen Ram TRX. Kleines Scoot. Kleines Scoot, ne? Die Frage ist nur, warum sind wir hier? Diese Frage stellt sich natürlich, denn Rambo wird jetzt umgebaut. Erstmal, weil wir sind jetzt in Phase 1 von der Transformation von diesem Kfz, Pickup, Traktor, LKW-Dingens. Also, eine ganz wichtige Sache, die das Auto braucht für den Winter, damit wir auch coole Videos machen können, ist ein Unterbodenschutz. Richtig, Luis? Richtig. Ganz genau. Komm mit nach hinten, denn da geht es nämlich weiter. Ja, das Auto bekommt einen schönen fetten Bügel hier rauf. Das heißt, hier werden jetzt gleich Löcher reingebohrt. Tut in der Seele weh, aber das kann er auf jeden Fall ab. Auf dem Bügel werden sich sehr geile LEDs befinden. Das heißt, wir können alles hell machen, was dunkel ist. Denn das ist sehr wichtig, wenn es dunkel ist, oder? Ja. Ja? Ja. Ja? Jedenfalls. Okay, gut. Ich hoffe, dass man sich auf den Bügel auch raufstellen kann und so ein Zeug und dass man hier vielleicht so Schaufeln festmachen kann. Weiß ich noch nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall herausfinden, damit man rein theoretisch im Schnee vielleicht so eine kleine Schanze bauen könnte. Das wäre ganz cool. Dann hat man natürlich mit so einem Pick-up immer ein Problem. Dieses Problem ist hier hinten. Luis und ich fahren zusammen romantisch Ferien in Italien. Richtig? Richtig. Wie wir es hier das zweite Wochenende eigentlich machen. Genau. Wir haben ein Gepäck dabei. Hier passt natürlich viel rein, also bei den Sitzen. Aber hier, das kann man eigentlich gar nicht benutzen, denn sobald es regnet, Regen kommt von oben, fällt da rauf, doof. Das sind unsere ganzen Sachen nass. Und sowas wollen wir nicht, oder? Mh. Deswegen kriegen wir hier ein Rollo. Uh. Es gibt natürlich auch so klappbare Möglichkeiten. Ich hoffe, wir kriegen hier Rollo, fällt mir gerade ein. Wir kriegen auf jeden Fall eine gute Abdeckung, die gut funktioniert, auf Empfehlung von Auto Magnus. Das wird noch dran gemacht. Dann, eine weitere Sache, die gemacht wird. Leider jetzt noch nicht, aber er bekommt noch Winterreifen, denn diese Reifen darf man in Deutschland im Winter nicht fahren. Bei TikTok haben übrigens viele gedacht, dass ich wirklich sehr dumm bin. Ja, ich fand es sehr lustig. Ich fand es auch sehr lustig. Ja, also es liegt natürlich auch an der Gummimischung, nicht nur an dem Profil, ob man das im Sommer oder Winter fahren darf. Wollte ich mir kurz gesagt haben, das heißt Winterreifen kriegt er. Das aktuelle Problem ist nur, hier sind drei Reifen. Und wie wir sehen, wir haben eins, zwei, drei. Wir haben sogar vier Reifen an dem Auto. Wir haben sogar fünf, da unten ist noch ein Ersatzrad dran. Uh, cool. Ja, ja, nicht schlecht, ne? Deswegen müssen wir auf den vierten Reifen noch warten. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken, was da abgeht. Wir befinden uns jetzt im Showroom vom Auto Magnus und machen so ein bisschen Imaginary Car Shopping für Luis und mich. Oder? Machen wir. Machen wir. Denn, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, heute wird nichts gekauft. Ich muss sparen. Thema E92, weißt du? Na? Ihr habt es ja nicht geschafft, PPUV auf die 5000 Follower zu kriegen. Sehr enttäuschend nebenbei. Ähm, Luis muss auch sparen, weil vielleicht kommt bei Luis auch ein BMW ins Leben. Ja, schau. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Als erstes haben wir hier einen wunderschönen Challenger. SRT. Ähm, und ich muss eins sagen, die Felge. Komm mit. Die Felge in diesem Lila finde ich ja sehr, sehr, sehr geil. Und das ist auch schon die Whitebody-Felge. Äh, was wir nicht haben. Wir haben keine Whitebody-Felge, denn wir haben ja das Whitebody-Kit danach draufgepackt. Aber die Felge ist geil, oder? Die ist nicht cool, das ja. Ich weiß nur nicht, dass ich finde diese Piene halt nicht so cool. Hm. Ich denke, das ist ehrlich. Aber, das Auto ist ein gutes Angebot, muss man sagen, denn. Das Auto kostet 84,9. Der Massenkommarkt steigt auf jeden Fall sehr. Wir haben es ein neues Auto. Wie ihr sehen, Leistung 492 PS. 6,4 Liter Hubraum. Das ist geil, ne? Hier geht es weiter an einem wunderschönen grünen Challenger. Also irgendwie sind es sehr viele Challenger gerade hier. Ja, das sind auch coole Autos. Aber das? Da bin ich ja schon wieder eher unterwegs, ne? Bei der Farbe? Bei der Farbe, ja? Ja. Das ist geil. So Brombeer-Lila irgendwie. Aber der kostet auch 89,9. So, ja, ganz ehrlich, da müssen wir doch mal mit hier Auto Magnus reden. Das Ding ist ein Chrysler Pacifica Touring L. Das ist genauso wie der Challenger. Richtig, da kann man, also entweder oder, ne? Das ist die Frage, was nimmt man da? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist sowas für uns beide. Ja, für einen gemütlichen Familienurlaub mit unseren Kindern hinten drin. Richtig, ne? Muss man kurz sagen, at Dodge, ne? Ihr müsst mal so einen Minivan rausbringen, irgendwie als Hellcat-Version. Mit so 800 PS, das wir den Ami Frank kaufen können, der 800 PS hat. Aber es geht wahrscheinlich weiter. Pickups. Pickups sind richtig und wichtig. Hier haben wir einen wunderschönen Ram, der definitiv viel kleiner ist gefühlt als unser TRX. Ich glaube trotzdem, dass das ein 1500 ist. Ich muss sagen, ich kenne mich jetzt noch nicht so perfekt aus in den ganzen Ami-Segmenten-Pickups. Aber ich kenne mich da hinten aus, denn da hinten haben wir Ram, TRX. Und vor allem zwei. Zweimal in rot. Hier hat hier sogar die Vorrüstung, dass man da hinten auch einen Reiferband machen kann. Was ziemlich cool ist, hat hier einen schönen TRX-Sticker. Oh, der Innenraum. Komm, mit den roten Akzenten. Das haben wir leider nicht. Das sieht cool aus. Wollen wir erst mal fragen, ob die unsere Siste tauschen hier. Das ist nämlich das gut. Bevor du zeigst, wir haben hier einen neuen TRX, okay? Wir haben für unseren TRX, ich glaube, 117 bezahlt. Guck mal, was die jetzt kosten. 152,9. Das ist krass. Und Automagnos gibt auch nicht gerne Rabatt. Also ich glaube, das ist wirklich der Festpreis für das Auto. Das heißt, tick in the box, wir haben einen guten Deal gemacht, oder? Absolut, ja. Aber, Luis, wir sind natürlich hier zum imaginary car shopping. Das ist nämlich wichtig. Welches Auto würdest du dann nehmen aus dem Showroom? Also aus dem Showroom bin ich auf jeden Fall bei Team Challenger. Welcher? Bei dem roten, ganz am Anfang. Bei dem roten? Yeah. Okay, das stimmert rot. Das ist wirklich eine sehr schöne Farbe, muss ich sagen. Absolut. Du hast eine gute Wahl auf jeden Fall, ist auf eine Hellcat. Aber natürlich klar, dass du gleich den nimmst mit mehr Ruf und toll da ist, ne? Klar, richtig. Typisch Luis. Wenn schon, denn schon, ja. Ich wäre auf jeden Fall in dem Team. Ich finde die Farbe kommt mir sehr, sehr geil. Ich würde sagen, vielleicht wärst du so lieb, einen kleinen Showroom-Bron zu zaubern. Ja, sehr gerne. Ein bisschen so durch und so auf cool. Und dann gucken, was wir noch suchen können. Der TX ist jetzt in der Werkstatt, was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Das heißt, bald passieren ein paar Dinge. Und ich habe auch gehört, wir kriegen cool einen Leihwagen. Ich kann uns très mal gucken, set einen blauen Charger. Sehr cool ist. Komm her. Hier kann man mal ein Rollo sehen auf so einem, nicht ein TRX, aber auch ein Grabbox. Seht nicht mal. Das ist praktisch. Sehr praktisch. Wir haben noch, wo die Teile sind für dieses wunderschöne Grafzettel. Wir nehmen jetzt extra für euch ein kleines Unboxing. Hier haben wir den Bügel, hier haben wir das Rollo und hier haben wir den Lightbar. Lightbar ist, glaube ich, das Wichtigste, oder? Mhm. Ja. Es ist so sehr hell werden, was gut ist. Wir machen das Ganze mal auf. So. Ich bin nicht so ein Unboxing-Kofi, wie man merkt. Oh, das ist groß. Alter, ist das schwer. War's gut, ne? Das ist gut. Aber ich bin nicht, ich glaube ich, das können wir schon mal sehen, hat natürlich auch so eine Art wie Daylight. Das ist dann, hinten leuchtet das dann orange, was auch ziemlich geil ist. Und wie gesagt, wenn man das dann voll anmacht, sollte es ziemlich hell sein. Daut auch nicht so lange, bis das Auto fertig ist, aber das ist schon mal unser Lightbar. Sehr gut ist und sehr schwer. Geht das Ding mal an, kriegt's schon mit einer Hand hin. Ja, liegt schon was. Geil, komm, du komischer Trainingsprecher. Siehst du das? Gekonnt. So halt. Geht noch auf. Oh, das hat ja noch so Nägel an der Seite drin. Oh, hier. Tacker-Reise. Wie geht man die denn raus? Ich wollte das doch eigentlich gar nicht zeigen. Vielleicht ganz ehrlich. Wofür auch? So. Boah, das ist so ein Scheiß. Ich bin hier für nicht gemacht. Ich sag's dir ganz ehrlich. Geh mal kurz die Kamera. Versuch das Ding da mal hinten mit einer Hand hinzuheben. Mit einer Hand? Das ist Stahl. Das ist schwer. Gut, also wir können das natürlich auch gut so zeigen, würde ich sagen, oder? Wir sehen hier das. Und haben wir hier noch. Hier haben wir noch eine Box. Alter, man tut sich ja hier überall weh. Hier sind kleine Teile. Grüß, ready? Oh. Ein dickes, schwarzes Rohr haben wir hier. Vor allem, das funkelt schön in der Sonne. Ne, cool. Also wir haben hier auf jeden Fall verschiedene Rohre und so weiter und so fort. Das wird natürlich am Ende besser aussehen, wenn das alles zusammengebaut ist und nicht zwei inkompetente Vollidioten hier stehen. Also vor allem einer. Und hier probiert die Boxen aufzumachen. Das ist nochmal, sagen wir mal wieder zu. Wiegt eh viel zu viel das Ding, sag ich euch ganz ehrlich. Ja, genau. Coole Sachen, sehr coole Sachen und nochmal sehr coole Sachen. Also der Leipa kommt auf jeden Fall auf das Gestänge oben drauf. Was gut ist, wird dann über Augs 2 im Auto gesteuert, damit wir überall Blut übrigens an dem wichtigsten Finger, ganz problematisch, damit wir eben alles schon bestrahlen können. Wenn Luis irgendwie wieder querfährt wie ein junger Gott irgendwo und dunkel und man nichts sieht, muss er natürlich auch Dinge erkennen können. Schön, dass auch hier sind Autos drin rum. Wie man sieht, das Rollo ist das, was da hinten drauf ist. Haben wir hier drin. Deswegen würde ich sagen, müssen wir es nicht aufmachen. Ich will jetzt auch nicht alles so messy machen. Das war unser perfektes Unboxing. Gut, oder? Super gelaufen. Dankeschön. Die Sonne blendet extremst und leider, leider, leider ist der Charger nicht mehr da. Der musste leider raus, aber ist vollkommen okay. Wir haben ein anderes Auto bekommen und zwar ein Dodge Challenger mit 6 Zylinder. Ich bin wirklich dankbar, dass wir ein Auto haben. Vielen Dank dafür. Wir finden jetzt gerade von der Tankstelle hier vorgefahren und es ist gefühlt jetzt im Vergleich zum normalen Challenger mit V8, du hörst das gar nicht. Das ist schon traurig. Wenn das die Zukunft ist, will ich sie nicht so gerne haben. Daher gibt es wirklich noch Sinn, Hashtag E92M3, um einen alten C63 zu holen, denn das sind noch die echten V8-Kracher. Aber gut, ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt mal Richtung Cave und dann würde ich sagen, stellen wir das Ding mal neben unseren Challenger, oder? Oh, fliege. Also, bis gleich los. Wir kommen zurück in der Cave mit dem V6 Challenger. Alleine, wenn man so leicht darüber schwingt zu unserem, ist schon ein kleiner Unterschied. Ganz minimal, aber kurzes Feedback zum Auto. Wir müssen die jetzt auch nicht hinstellen, um die irgendwie zu vergleichen, denn da ist einfach kein Vergleich. Das Einzige, was leicht bei dem Auto gefühlt ist, ist die ganze Karosserie, sieht halt gleich aus. Hat halt kein White Body. Aber der V6 hier drin, ich will nicht sagen, dass dein Auto langsam ist, Luis, aber dein Auto ist auf jeden Fall gleich schnell. Also da ist kein Unterschied. Und mehr als 2020 will er auch nicht wirklich. Wie gesagt, das ist ein Auto, das fährt, alles Gute, sicher, nicht schlecht. Aber würde ich mir niemals kaufen. Nie in meinem Leben. Wie klingt das von außen? Man hört nichts. Man hört gar nichts, oder? Es ist einfach nur ein kleiner V6. Ich kann ja mal kurz starten für das Video. Das werden wir mal hören. Warte, wir können ja mal gucken, ob der Remote Start hat. Und jetzt selbst wenn wir ihn reffen würden, ist da kein großer Unterschied. Das war's. Mehr hat er nicht. Ja, das ist traurig. Ist es wirklich. Aber danke an www.automarktlos.de, dass wir das Auto ausladen können. Vielleicht können wir jetzt die Tage nochmal vom Charger wechseln. Das wäre ziemlich geil, so wie es eigentlich geplant war. Aber sonst würde ich sagen, sind wir hier beim Ende von diesem Video. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ich bin sehr gespannt, was mit dem TRX passiert über die nächsten Tage. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo, drückt die Glocke, teilt das Video mit eurem Hamster. Um beziehungsweise, bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.